Yo, ich bin Jonas aka John S. von Kids in the Street Records Berlin. Super independent music label und vor einer Woche ist unser erstes Album rausgekommen. Ziemlich fresh. Und jetzt geht das Ding hier gleich in Serie. Ich bin hier gerade vor dem Copyshop Paper Twins am Hermannfeld. So, jetzt sind wir die letzten Cover gedruckt. Sieht wunderschön aus. So, jetzt geht das weiter. In der Kids Records Home Production CD-Marie. Manufaktur. Brennen, schneiden, waschen, füllen. So, jetzt muss ich nur noch 7000 Mal bleiben. So, jetzt auf den Kopf. Now So, Kids in the Street Records Vol. 1, die erste Auflage, streng limitiert, jede CD ein absolutes Unikat. Rough und nur für die Straße. Ich glaube, das ist ziemlich special. Jetzt ist es dunkel hier. Aber den Hakenkipps von der Straße macht nichts aus. Draußen scheint die Sonne. Oder auch nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017